Heike hat ein Problem. Sie braucht dringend einen Termin beim Orthopäden, damit ihre Rückenschmerzen sich nicht verschlimmern. Der Orthopäde scheint viel zu tun zu haben, denn seit zwei Tagen ist während der Sprechzeiten der Telefonanschluss dauerbesetzt. Heike weiß nicht weiter. Hey Heike, du bist bei der BIC versichert. Nutzt doch den Terminservice. Den Terminservice? Heike lockt sich bei der BIC ein. Sie trägt ihren Wunscharzt und mögliche Termine ein. Jetzt muss sie sich um nichts mehr kümmern. Der Terminservice vereinbart einen Termin mit ihrem Orthopäden. Dann schickt die BIC Heike eine Mail, um den Termin zu bestätigen. Was? Der nächste freie Termin ist erst in vier Wochen? Der Orthopäde scheint wirklich viel zu tun zu haben. So lange kann Heikes Rücken nicht warten. Das weiß auch der Terminservice und hat schon Alternativen parat. Andere Orthopäden in Heikes Nähe mit schnelleren Terminmöglichkeiten. Heike ist beeindruckt. Jetzt macht sie auch Pauls Kindervorsorgetermine über den Terminservice. Das spart Zeit und Nerven.